Also, wir stehen hier auf dem Oktoberfest und zwar genauer gesagt vom Lachfreuhaus. Es soll auch das werden, wie es schon heißt und zwar mega lustig. Wir sind schon total gespannt und man sieht, der Wind weht auch. Man kriegt hier eine ganz tolle 3D-Brille und kann sich total freuen, was jetzt kommt. Und wie gesagt, wir probieren das jetzt aus und berichten euch nachher mehr. Das ist wachsinnig, das ist schön. Ah, alles klar, danke dir. Okay, wir sind hier im Lachfreuhaus und ich freue mich schon sehr, wie der Name sagt. Man kriegt hier so eine tolle 3D-Brille, weil dann hat man noch ein viel besseres Erlebnis. Gut, so nass, da muss man aufpassen. Okay, und jetzt ist der Wind schlägt, okay. Alles klar, bin klar. Alles überlebt. Alles überlebt. Das kenne ich natürlich hier ganz wenig. Es ist alles ganz verschwunden. Aber ich sehe dich doppelt. Hallo. Es sind hier wie so ein Irrgarten. Es ist hier ganz interessant im Markt. Ja, lustig hier. Ein Riesenkarten, nicht? Und mit dieser 3D-Brille hat man natürlich einen ganz anderen Effekt. Das ist ja klar. Also es sieht alles ein bisschen süß. Aber farblich passt das Bieber. Es ist gar nicht so einfach hier alles. Aber schön. Schön schön. Man hat einen vollen Treib lebendig über die Wiesen, also das alleine lohnt sich schon, muss ich sagen. Und es ist lichter, leuchtender, ganz toll. Man hat eigentlich hier eine wunderbare Abend- und Sonnenuntergangs gemacht. Klasse. Jetzt geht es weiter. Ich bin mal ganz gespannt. Wie ist denn der Begawatch? Was? Was ist das? Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen. Jetzt spüren wir dran, da muss man ein bisschen vorsichtigen und überspringen.